So, was haben wir hinter der Tür? Welches soll denn noch rum? Das ist keine Datenbox, schade. Krebswurfhakenarm. Ja, und wir haben den Schildgenerator gefunden. Jawohl! Yes! Yes! Boah! Endlich! Ah, das Ding. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Man muss auch mal Glück haben. Dann brauchen wir den Eingang jetzt auch nicht suchen. Da würde ich dann jetzt drauf verzichten. Wir gucken uns natürlich hier nochmal ein bisschen um. Uns fehlt ja natürlich auch noch ein bisschen was. Was ist denn noch eine Datenbox? Ne, eine Versorgungskiste. Mit Wasser. Kommt da immer nochmal mit. Energiezellnare Station. Er macht immer so ein gequältes Geräusch, wenn er die Türen öffnet. Aber hier hätte man auch einfach so reinglicken können. Oder wir haben es erst freigeschaltet. Kann auch sein. Boah, wir haben den Schildgenerator gefunden. Unglaublich. Unglaublich. So. Dann können wir jetzt nach Hause fahren. Wir sind noch im Reisemodus, deswegen ist das so, dass da bleiben wir jetzt aber erstmal noch drin. Oh ne, wir haben nur noch 34%. Oh je. Ne, wir kommen aber definitiv nach Hause. Wir haben noch ein paar Energiezellen zur Not dabei. Kein Ding. Ah, Licht. Und ich denke, hier können wir ein bisschen schneller fahren. Jetzt sind wir hier im Pilzbiom. Da fühle ich mich wieder sicher, da sollte kein Rüber rumschwimmen. Nur Pilze sind hier gefährlich. So ein bisschen wie die Skyline oder so. Die Skyline von 4546B. Ach, ist schön. Ne, aber da ist das, finde ich gut, dass wir jetzt noch den Schildgenerator gefunden haben. Da war ich ja noch ein bisschen in Sorge hier. Aber klappt alles. Und dann können wir tatsächlich die letzte Stufe bauen. Aber ich glaube, man kann dann auch noch nicht ganz... Ja, ist schon wieder irgendwo ein wildes Tier hier. Gibt's da nicht. Können wir davor wegschwimmen? Können wir eben fliehen? Ähm, denn es gibt ja noch diese Zeitkapseln. Und von denen haben wir ja auch noch keine gebaut. Mal gucken. Wir... Ja, müssen wir wahrscheinlich auch noch machen. Und was das dann wieder kostet. Wahrscheinlich kostet es dann auch wieder irgendwas ganz Teures. Oder noch irgendwelche Baupläne, die man finden muss. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Also das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, aber... Wenn wir was reinpacken müssen und sowas bauen müssen, dann würde ich am liebsten tatsächlich eine Rettungskapsel mit Kyanid dalassen, wenn wir dann noch eine haben. Und wenn man das dann noch entscheiden kann. Oder ob man irgendwas nehmen muss, was man gerade da hat. Wo schwimme ich? Ich schwimme auch gerade zur falschen... Oh ja. Super. Super, ja. Ganz toll. Denn ich hatte ja... Meine erste Rettungskapsel, die ich gefunden habe, hatte ja auch drei Kyanid drin, dass wir quasi das wieder zurückzahlen. Und es war auch extrem hilfreich am Anfang. Ansonsten wüsste ich gar nicht, wie wir da an Kyanid... Das erste Kyanid rangekommen wären, weil wir konnten... Ja, mit dem... Krebs, glaube ich, nicht runter. Oder mit beiden nicht runter. Ich glaube, wir konnten... Doch, mit dem Krebs kamen wir, glaube ich, runter. Aber nicht mit dem... Zyklopen, weil wir dafür ja schon Kyanid brauchten für das Tiefenmodul. Ungefähr so war das. Konnten wir da schon das benötigte Tiefenmodul bauen. Oder was für den Krebs? Ich bin mir nicht mehr sicher. Kann doch sein, dass wir das für den Krebs brauchen. Eins von beiden auf jeden Fall. Konnte nicht tief genug. Flatsch. Ja, wir tauchen ja wieder ein bisschen auf. Aber mal gucken, wie das dann funktioniert. Erstmal müssen wir... ...wahrscheinlich hier noch ein bisschen Ressourcen farmen. Was für den Armstuhl knistert da schon wieder. Es gab ja, glaube ich, noch so diese Drohungen, diese Tonbanddrohungen, die wir bekommen haben. Aber von denen haben wir dann ja irgendwie auch nichts wieder gehört. Also da ist dann auch nicht mehr so viel mit passiert. Obwohl, ich habe es schon wieder vergessen. Aber vielleicht wollten sie ja auch einfach nicht, dass man die Alienbasis findet. So, stellen wir das Schiff am gescheitesten hin. Ich glaube hier... ...rechtlich dann den Eingang. Das ist, glaube ich, ganz gut. Können wir sogar noch ein bisschen drehen. Müssen wir dann hier das Modul herstellen. Engine, powering data. Und dann verlassen wir das... ...Schiffchen mal wieder. Da ist der Eingang. Wir brauchen ein Schildgenerator-Modul. Da, Zyklop-Schildgenerator. Zack. So, wir brauchen einen erweiterten Kabelsatz, eine Energiezelle und Polyanilin. Dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal den erweiterten Kabelsatz. Was brauchte man dafür? Ein Kabelsatz, stimmt. Wir brauchen zwei Kupfer. Oh, wir haben keinen Kupfer mehr. Oh. Zwei Silber erstmal. Zwei Silber für den Kabelsatz. Auch Silber ist so ein bisschen... Das ist unser letztes Silber. Zwei Silber. Mit dem kriegen wir den Kabelsatz gebaut. Gut. Und jetzt wollen wir ihn erweitern. Indem wir noch zwei Gold und ein Computership reintun. Okay. Zwei Gold. Dann sollen wir einmal trinken. Dann würde ich jetzt einmal ganz dekadent hier unser gefundenes Wasser trinken. Also das selber hergestellte. Und ein Computership. Was brauchten wir dafür? Zwei Tischkorallenproben und ein Kupferdraht. Und wir werden auf jeden Fall noch ein Kupfer sammeln müssen. Tischkorallenproben. Haben wir da noch welche von? Oh ja. Wir werden auf jeden Fall noch mal sammeln. Quadrat. Shooterchip. Brauchen wir hier auch für. Und zwei Gold. Ich habe nur eins mitgenommen. Was? Warum habe ich nur eins mitgenommen? Das geht doch nicht. Brauchen doch hier noch ein. Noch ein Gold. Zack, 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 zack. Und der erweiterte Kabelsatz. Dann brauchen wir das Polyanylin. Ein Gold, ein Salzsäure. Okay. Salzsäure. Einmal Salz, dreimal Tiefenpilz. Der Tiefenpilz. Den müssten wir aber mittlerweile angepflanzt haben. Meine ich. Hoffe ich. Quallenpilz. Mutranke. Oder habe ich den noch nicht? Das wäre jetzt ja doof. Oder habe ich den hier mit? Ich hatte doch so ein paar Sachen noch. Ich hoffe, ich war so schlau. Den Pilz mitzunehmen. Sieht nicht danach aus. Tiefenpilz. Aber ich habe Tiefenpilz. Eins, zwei, drei. Ei, ei, ei. Das hätte mir jetzt noch gefehlt. Was brauchen wir noch? Ich habe es schon vergessen. Ach ja. Salz. Salz noch. Salz haben wir hier. Kein Ding. Ich hol jetzt auch mal beides raus. Wenn ich hier arbeite, dann kann ich uns auch zwei Salz bringen. So, wenn wir uns Salz noch machen können. Und ein Gold. Oh, wir hatten mal so viel Gold. Ich glaube, auch das ist mittlerweile schon wieder Mangelware geworden. Wahnsinn. Jetzt könnten wir das bauen. Das machen wir natürlich hier. Alle Systeme sind online. Hier hinten war das, glaube ich. Ja, hier war es. Zack. Schildgenerator. Gut, dann brauchen wir einen Pillarstein dran. Was mache ich hier? Egal. Es ist egal. Was mache ich hier eigentlich? Ich wollte noch mal die Basis stellen. Ordnung muss sein. Zumindest im letzten Stream hier noch. Wahrscheinlich letzten Stream. Hier wenigstens noch mal. Mit dem Krips versagen. So. So, dann wieder zurück. Mit dem, ja, hart erarbeiteten Schildgenerator. So, dann. Zack, 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 zack. Ein Pillarstein-Bahn brauchen wir. Das heißt, wir brauchen zehn Titanen erstmal. Oh, emaliertes Glas haben wir sogar schon. Sehr gut. Wollen wir vielleicht auch noch einen Computerchip rumliegen? Ich meine, man darf ja noch mal hoffen. Das wäre natürlich richtig gut. Haben wir aber nicht. Okay, macht nix. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Müssten das jetzt sein. Titanen. Dann war das mit zwei Lithium, glaube ich. Ja. Lithium, eins, zwei. Ressourcen und Materialien. Klar, Stahlbach. Und dann fehlt jetzt nur noch der Computerchip. Aber ich, wie gesagt, der wird uns noch ein bisschen Suche jetzt erfordern. Denn wir brauchen zwei Kupfer. Und ich habe keinen Kupfer mehr. Entweder wir finden mit dem Scannerraum jetzt Kupfer. Ah, ich habe den natürlich nicht. Ja, das ist diese blöde Buck. Dann nehmen wir den Kalksteinbrocken. Ich glaube, damit sind wir schneller, als wenn ich jetzt irgendwie nochmal nach Kupfervorkommen so suche. Müssten hier Kalksteinbrocken gewesen sein. Zumindest bin ich mir da ziemlich sicher, dass das so ist. Da hinten sind Kalksteinbrocken. Also zwei Kupfer sollte jetzt eigentlich nicht so das große Problem sein. Ein Gold brauchten wir, glaube ich, auch nur. Das ist gar nicht so schlecht. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Okay, das war Titan. Das ist Kupfer. Das ist Kupfer. Und dann da hinten nochmal. Hier alles energiemäßig ziemlich am Limit. Oh, auch die Nahrung ist ziemlich am Limit. Stimmt, ich hatte ja nichts gegessen. Ich hatte ja nur Wasser eingeschmissen. Und sie sind so weit weg. Aber noch nicht. Huch, dass der ja gekentert. Du gehst doch eigentlich ein bisschen weiter nach oben, Kollege. So, Kupfer. Dann zurück zur Basis. Dann sollte auch der Computerchip jetzt kein Problem mehr sein. Glaube ich. Oh, da brauchen wir nochmal Tischkuralenbrot. Das kann auch nochmal sein. Das kann sein. Oh, hier können wir noch Sachen einpflanzen. Was habe ich hier? Tiefenpilz, ja. Habe ich es doch nicht gepflanzt. Jetzt habe ich hier aber nichts mehr zum Pflanzen dabei. Okay. Dann ist ja alles gut. Dann essen wir ihn nochmal. Zack. Haben wir die auch mal wieder benutzt. Ähm, Scannerraum wieder aus. Aus energietechnischen Gründen. Stopp. So, dann haben wir hier hoffentlich Tonic, die Kupferdraht. Ein Gold, zwei Tischkorallenproben. Jetzt bin ich nochmal gespannt. Ein Gold, kein Problem. Wir haben aber nur noch eine Tischkorallenprobe. Dann könnten wir uns nochmal in die Motte schwingen. Wir können aber natürlich auch gucken, ob wir eben danach scannen können. Dann müssen wir gar nicht groß suchen. Nö, natürlich nicht. Ach, jetzt kann ich noch Kupferlehrt suchen. Das ist ja wieder, klar. Dann schwingen wir uns eben in die Motte. Man könnte natürlich auch jetzt wieder in die Tischkorallenprobe fallen. fallen lassen. Den Scanner draufhalten. Rechtsklick machen. Dann hier wieder rein. Weil jetzt müsste es im Scannerraum wieder auftauchen. Ich weiß nicht, ob die Leute, die auch Sub-Dautica spielen, habe ich das jetzt eigentlich so ein persönlicher Bug oder ist das so ein allgemeines Problem? Wahrscheinlich ein persönlicher Bug. Und sie taucht nicht auf. Naja, gut. Dann halt nicht. Wurscht. Ähm, da ist die Motte. Die müssen ja jetzt einmal zum Startbiom, da müssten die sein, wenn ich mich richtig erinnere. Die Richtung. Das ist unglaublich, dass ich den auch immer noch da habe. Ach ja. Ach, hier sind doch schon welche. Ach. Die nehmen wir jetzt schon nochmal mit. Weil schon mal da sind. Da nur eine mitzunehmen, ist ja auch albern. Und wieder zurück. Dann nochmal reinpacken. Tschu. Tschu. So, dass wir so viel Sand haben. Und da ist es nicht genug. Tschu. 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 Computercheck.